I want it all, 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 I want it all. Öl TV Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Top 10 Show. Es geht um Basteln und Heimwerken. Ich kann Ihnen sagen, dass mit Platz Nummer 10 Sie mit großer Sicherheit große Augen machen werden. Ich würde sagen, wir starten auch direkt Platz Nummer 10. I want it all, I want it all, I want it all, I want it all, I want it all. Ja und hier kann man sagen, kleiner Preis, große Wirkung. Denn wir haben hier ein Zweierset, sogenannte rahmenlose Brillen. Und diese Brillen sind sehr, sehr wichtig, wenn man eben kleine Arbeiten durchführen will. Weil die haben eine 1,6-fache Vergrößerung. Man kann die alleine tragen, aber auch, wenn man wie ich Sehhilfen hat, kann man die drüber ziehen. Und jetzt wird die Welt viel größer, 1,6-fach vergrößert. Und wenn Sie jetzt filigrane Lötarbeiten machen müssen, die Damen vielleicht näharbeiten oder auch mal die Fingernägel machen, plötzlich werden die riesengroß. Und man sieht alles klar und deutlich. Auch beim Arbeiten am Bildschirm ist das unglaublich hilfreich. Denn hiermit haben wir auch noch einen Blaulichtfilter mit eingebaut. Und dieser Blaulichtfilter, der verhindert, dass das ganze Blaulicht auf Sie zurückkommt vom Bildschirm. Das strahlen alle Bildschirme ab. Und mittlerweile weiß man aus der Wissenschaft, dass das Blaulicht die Bildung von Melatonin, einem körpereigenen Hormon, mindert. Und Melatonin ist zum Beispiel für die Tiefschlafphasen zuständig. Vielleicht haben Sie mal in der Werbung gesehen, jetzt irgendwelche Pilchen oder Tropfen mit Melatonin nehmen, damit man besser schläft. Nein, einfach Melatonin nicht verhindern und so eine Blaulichtfilterbrille tragen. Gib doch mal her rein. Gerne, gerne. Und jetzt schau mal nur auf deine Fingernägel. Ja. Nur als Beispiel. Uiuiui. Plötzlich sind sie riesengroß und man sieht dann auch Sachen, die man sonst vielleicht nicht sieht. Ohlala. Wichtig ist, ein Zweier. Sieht alle so groß aus. Du hast ja einen großen Kopf. Mensch. 1,6 Quadgröß. Nee, Wahnsinn. Viele von Ihnen haben am Computer zum Beispiel eine Schriftgröße von 125, 130 Prozent. Wolltet ihr noch? Nee. Ach so, ich wollte euch jetzt nicht unterbrechen. Dann kann ich fertig machen. Nee, würde ich auch nicht. Okay. Wir haben eine Schriftgröße von 130, 140 Prozent. Hier haben Sie automatisch, wenn Sie die aufsetzen, 160 Prozent. 1,6-fache Vergrößerung. Hier haben wir das gerade nochmal gesehen mit dem Blaulicht, welches rausgefiltert wird. Und dementsprechend ist das etwas im Heimwerkerbereich, aber auch vor dem Bildschirm, was unglaublich nützlich ist. Und ich muss das nochmal betonen, wir haben gleich ein Zweierset dieser randlosen Vergrößerungs-Blaulichtfilterbrillen für 8,54 Euro. Das ist schon sensationell. Ja, das ist natürlich wirklich ein absolutes Highlight. Nebenbei gesagt, muss ich ja auch immer sagen, die erfüllen nicht nur ihren Zweck, sondern ich finde die in diesem Fall sieht auch noch super schick aus. Ich habe das jetzt gerade bei Diana gesehen. Von mir selbst möchte ich nicht sprechen, aber es ist astallisch. Es hat dir gestanden, muss ich wirklich sagen. Also man braucht sich damit nicht blöd vorkommen und es macht noch Sinn, weil sie wirklich gut aussehen. Es ist sehr, sehr zweckmäßig, das kann man sagen, weil auch wir Männer, also nicht nur bei den Damen, bei den Fingernägelen, sondern wir Männer, wenn man Elektrotechnik arbeitet. Das sind Schrauben, die sieht man mit dem bloßen Auge gar nicht. Mit dieser Vergrößerungsbrille sieht man das. 1,6-fache Vergrößerung, einfach perfekt. Und der Preis-Leistung, also das Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist auch perfekt. Aber wenn es Zweck macht und dann noch gut dabei aussieht, Ralf, dann ist das so ein Double-Effekt. Und dann ist das natürlich doppelt schön. Wir schauen nochmal auf den Preis von 8,54 Euro. Das ist natürlich der Hammer. Das kleine Täschchen kommt natürlich auch noch direkt mit dazu. Sie bestellen mit der NX 83, 87, der 5, 6, 9 am Ende. Da können Sie auch direkt ein paar mehr nehmen. So haben Sie die auf Vorrat, vielleicht eine in die Werkstatt, nach Hause etc. Tolle Platz Nummer 10 und ich würde sagen, wir machen weiter mit Platz Nummer 9. Das ist etwas, was ich vom ersten Moment an überlegt habe. Es ist eine Lampe-Lupe, Lupe-Lampe, wie immer Sie es nennen möchten, mit einem Schwanenhals. Unglaublich einfach zu installieren. Sie sehen, so kommt die Lampe zu Ihnen. Aber wenn Sie genau aufpassen, sehen Sie, habe ich hier schon eine Schraubzwinge an unserem Werkbank befestigt. Das heißt, hier kommt sie jetzt einfach rein und jetzt haben wir diese Lampe. Und jetzt gebe ich ihr natürlich kurz noch Strom. Und jetzt haben wir hier schon mal eine unglaubliche Beleuchtung an der Arbeitsfläche. 450 Lumen. Also man sieht es, glaube ich, auch mit dem Schwanenhals. Und ich drehe es jetzt mal zu Ihnen. Dann sehen Sie, wie hell das ist. Einmal ausgeschaltet, einmal eingeschaltet. Jetzt kommen wir aber zum Besonderen. Und da bitte ich dich jetzt mal, deine Hand einfach mal auf den Tisch zu legen. Und ich versuche es mal so ein bisschen zu Ihnen zu drehen. Wenn wir jetzt die Klappe aufmachen, haben wir hier ein Vergrößerungsglas bis zu fünffacher Vergrößerung. Und jetzt stell dir mal vor, du möchtest deine Nägel selber machen oder mal feilen. Dann ist das, ich glaube, so Utensilien sind auch in Nagelstudios. Damit man das besser sieht. Man kann das genau richtig justieren. Man hat die perfekte Ausleuchtung. Aber jetzt ist das natürlich kein Produkt nur für Nagelstudios. Sondern auch die Herren arbeiten mit Elektrotechnik, mit Löt arbeiten. Und dann ist es oftmals klein. Dann fehlt Licht, dann spielen die Augen nicht mehr mit. Dann reibt man sich so die Augen, aber das hilft nichts. Man braucht Licht und man braucht Vergrößerung. Und das haben wir hier. Also Licht im Normalfall in jeder Einstellung. So dort, wo ich es brauche. Sehr flexibel durch diese Schraubzwinge. Und dann, wenn ich wirklich Feinarbeiten machen muss, einfach Klappe auf. Dann die fünffache, nee, meine Fingernägel schaue ich nicht an. Schauen wir lieber deine an. Fünffache Vergrößerung. Und durch den Schwanenhals kann ich es auch genau so einstellen, wie ich es brauche. Auch wenn ich was lesen will, was ich sonst nicht lesen kann, mache ich es einfach übers Buch. Oder auch, ich hatte neulich erst den Fall, ich habe einen Beipackzettel von einer Tablette lesen wollen. Nicht mal mit Brille und hellem Licht habe ich den lesen können. Das war so klein. Hier drunter kannst du auch so ganz kleine Schriften anschauen. Filantellisten werden das auch lieben. Wenn sie ihre Alben durchblättern, dann sieht man mal wieder die ganze Pracht, die man über Jahre gesammelt hat. Ja, oder ich denke jetzt auch gerade mal, wenn man was näht. Man hat jetzt eine Hose, da ist ein Loch drin oder ein T-Shirt. Und man braucht natürlich dann auch nur gute Sicht, um jetzt gerade kleine Nähte zu vernähen. Da ist das natürlich ideal für Fingernägel. Ich habe auch natürlich direkt ans Nagelschule gedacht. Also Sie sehen, wir haben ja hier alle irgendwie schöne Fingernägel, die ganzen Frauen hier. Aber es ist natürlich auch für handwerkliche Arbeiten super geeignet. Und da können wir das nochmal vergrößern und sehen, wo müssen wir die Nähte überhaupt genau langziehen. Ja, also es ist einfach perfekt, diese Leselampe-Lupe hier. Ich bin ein absoluter Fan davon, weil es viele, viele Arbeiten, egal ob bei den Damen oder bei den Herren, einfach erleichtert. Also perfekte Kaufempfehlung von mir, weil es wirklich das Leben im Heimwerken oder auch bei Näharbeiten oder bei den Nägeln lackieren wesentlich einfacher macht. Ja, vor allen Dingen für 31,34 Euro. Also das für so eine Lampe, das ist wirklich hochwertig. Sie haben das jetzt hier gesehen, vielerlei Möglichkeiten bieten sich hier, wie Sie diese tatsächlich verwenden können. Ein absolut bombastischer Preis, den wir Ihnen hier anbieten. Mit der Bestellnummer NX6833, der 569 am Ende bekommen Sie die nach Hause. Und mit dieser Vergrößerungsmöglichkeit, auch das hier nochmal ganz toll im Einspieler zu sehen. Also da kann man wirklich ganz tolle Arbeiten vollziehen. Die ist optisch, finde ich, durch diesen Schwanhals natürlich biegsam anpassungsfähig. Sieht jetzt gerade so ein bisschen aus wie beim Zahnarzt, muss ich tatsächlich sagen. Aber ein ganz, ganz tolles Produkt. Und ja, das war jetzt tatsächlich unser Platz Nummer 9. Und wir machen jetzt auch schon weiter und es geht weiter mit Platz Nummer 8. Ja, und vom ersten Moment an, als wir das vorgestellt haben, war Diana Fan. Und nicht nur Diana, sondern viele bei uns auch. Es ist ein kleines Multifunktionswerkzeug mit 40-teiligem Zubehör. Mit diesem kleinen Werkzeug können Sie sägen, bohren, gravieren, trennen, schleifen, polieren und, und, und. Und das geht unglaublich einfach. Es ist akkubetrieben, Sie sehen kein Kabel, ich mache es an. Habe hier 13 Drehzahlen, 5000 bis 15.000. Und jetzt rede ich den Aufsatz. Ich habe hier einen Schleifaufsatz, Diana hat jetzt zum Gravieren. Und damit können Sie auch ungeübt gravieren. Und ob das Glas ist, ob das Metall ist, ob das natürlich auch Porzellan oder andere Sachen sind, das geht damit problemlos. Und das könnte der Start in ein neues Hobby sein. Auch sind hier der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Man kann ganz kleine Arbeiten machen. Und was hier wichtig ist, Cindy, würdest du mir mal das Auto geben, bitte? Kurz ein kleines altes Blechspielzeug, das man vielleicht mal, vielleicht haben Sie sowas auch mal, wieder lackieren möchte. Und dann habe ich hier jetzt einen Schleifaufsatz. Und was ich hier ganz wichtig finde, man arbeitet nicht gegen die Kraft des Werkzeugs, sondern das ist eigentlich wie ein Kugelschreiber. Man hält das in der Hand und arbeitet. Das braucht es gar nicht. Guck mal, das geht jetzt problemlos. Hier kann ich abschleifen. Und ich kann die Drehzahl einstellen. Ich gehe mal ein bisschen höher, dann hören wir es auch besser. Und schau mal, wie effektiv das arbeitet. Und jetzt könnte ich hier in diesem Fall zum Beispiel die Stoßstange neu lackieren. Man kann hier Holz bearbeiten, man kann Metall bearbeiten, man kann Glas bearbeiten, Keramik, Porzellan. Und jetzt zeige ich Ihnen auch die Handhabung. Hier oben ist ein Wechselwerkzeug drin. Und da müssen Sie nur hier diesen Knopf drücken und hier diese Schraube lösen. Und schauen Sie mal, jetzt geht das Werkzeug raus. Und jetzt nehmen wir ein anderes Teil, 40-teiliges Zubehör, setzen es rein, drehen es wieder fest und schon ist es wieder dienstbereit. Also auch die Handhabung, unglaublich einfach. Und Diana, was hast du jetzt schon alles damit gemacht? Ich habe schon viele Sachen. Und hier jetzt zum Beispiel, ich mache ein Glas zum Geschenk, zum Hochzeit von uns. Nein, das ist für Stefan und Katharina. Steht der Termin schon? Ich weiß nicht. Ich habe keine Einladung, aber ich hoffe, wenn ihr jetzt mein Glas sieht, vielleicht kriege ich auch. Zeig uns doch bitte auch mal das Feuerzeug, welches du für Carsten gemacht hast. Das ist ein Feuerzeug, das wir in unserem Programm haben, welches es also mehrere Mal, ich sage jetzt mal tausendfach gibt. Aber so ist es plötzlich einmalig. Sie sehen das CR, Carsten Ruhland und noch ein Herzchen. Und auf der Rückseite ist noch, ja, es ist ein Jahrgang, halten wir zu, aber der Geburtstag von Herrn Ruhland, der ist 25 geworden. Aber Sie sehen, so macht man aus einem Teil, was es tausende Male gibt, ein einzigartiges Werkstück. Ich habe auch hier Werkzeug von mir gekennzeichnet. Wir haben hier ein Cuttermesser auf dem Tisch. Diana, wenn du das mal kurz in die Kamera hältst, guck mal, das Cuttermesser. Sie haben vielleicht auch Werkzeuge, die auf irgendwelche Weise verschwinden und nie mehr zurückkommen. Hier kann man einfach mal Initialien gravieren. Das kann man auch in Werkzeuge machen. Also auch das etwas sehr Wichtiges. Türschilder, selber gravieren, aus Holz kreativ werden. Also hier, dieses 40-teilige Set, also dieses Multifunktionswerkzeug, Akku betrieben und dieses 40-teilige Zubehörset. Das eröffnet Ihnen ganz, ganz neue Dimensionen, die Sie so vielleicht noch nie erahnt haben, weil Sie werden ganz neue Fähigkeiten an sich feststellen. Und also ich bin absoluter Fan von diesem Multifunktionswerkzeug, weil es so vielfältig einsetzbar ist und praktisch von jedem, von Jung, von Alt, von Mann, von Frau, von jedem benutzt werden kann. Ohne Vorkenntnis einfach mal ausprobieren. Wenn Sie jetzt ein Schmuckstück gravieren wollen, was Sie ohne Zweifel können, üben Sie erst an einem neutralen Metall, aber dann werden Sie merken, wie einfach das geht und dann gravieren Sie. Machen Sie aus einem tollen Geschenk ein absolut einzigartiges Geschenk. Ja, man sieht, wie schön man hier kreativ werden kann. Das sieht man jetzt hier nochmal und individuell persönliche Geschenke gestalten kann. Ich habe mal so ein Feuerzeug gestalten lassen und das gravieren lassen. Das war sehr, sehr teuer. Also, Sie bestellen das Akku-Multifunktionswerkzeug mit der NX3960, der 569 zum Preis von 23,74 Euro zum TV-Sonderpreis. Wir sehen hier nochmal im Einspieler das ganze Set. Das ist alles mit dabei. Diese verschiedenen Aufsätze, diese Möglichkeiten. Ob es jetzt ein Glas ist, wie Sie es bei der Diana gesehen haben. Oder dort eben, ob Sie ein Bild gravieren oder etc. Da gibt es so viele Möglichkeiten, kreativ zu werden. Es macht Spaß. Die Menschen werden sich freuen. Unglaublich toller Platz. Acht, bis jetzt mein absoluter Favorit. Aber wir wissen noch nicht, was kommt. Und wir machen erstmal weiter mit Platz Nummer 7. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach in keinem etwas handwerklich ambitionierten Haushalt fehlen darf. Es ist ein Akkuschrauber mit einer Schnellladestation. 58 Minuten maximale Aufladezeit. Dann ist dieser Hochleistungsakku hier wieder voll einsatzfähig. Und jetzt dieses Gerät. Also ohne das wäre ich verzweifelt die letzten Wochen. Ich habe bei mir zwei Hasenställe gebaut. Ich habe mir Hasen zugelegt. Und diese waren unglaublich einfach zusammenzubauen, wenn man ein bisschen geschickt ist, mit einem Akkuschrauber. Wenn ich alle Schrauben hätte von Hand drehen müssen, wäre ich wahnsinnig geworden. Hier, geschätzter Harry Weinfurt hat es auch ausprobiert. Ob man damit bohrt oder schraubt. Alles geht damit. Und zwar mit einer unglaublichen Kraft vom ersten bis zum letzten Moment. 25 Newtonmeter Kraftübertragung. Und hier natürlich durch diese hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus. Und wenn wir uns das Gerät mal anschauen, es ist sehr, sehr durchdacht. Jede Einzelheit stimmt hier in der Kraftübertragung. Das werden wir auch gleich sehen. Ist eine Metallumwicklung. Also dort, wo die meiste Kraft aufgewendet wird, um dieses Gerät wirklich lang anhaltend arbeiten zu lassen. Eine unglaubliche Kraft. Dann 19 Drehmomenteinstellungen. Hier sehen wir, Schnellspann, Bohrfutter, Beleuchtung, Arbeitsplatzbeleuchtung, Akkustanz, Ladestandanzeige. Alles ist mit drin. Und es macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Es ist der Akkuschrauber, es ist der Hochleistungsakku und die Schnellladestation, die wir hier in einem Paket für gerade mal 64,59 Euro anbieten. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen. Hier haben wir diese Metallummantelung, von der ich gesprochen habe. Das Schnellspann-Bohrfutter. Das ist auch ganz einfach. Schau mal, du drehst linkslauf. Und jetzt hast du zum Beispiel das Bit oder je nachdem, was du drin hast, ein. Und jetzt gehen wir wieder auf Rechtslauf und spannen es ganz schnell. Guck mal, so. Und jetzt kann ich hier Schrauben rein und raus drehen. Ich habe hier mal ein paar und wir geben einfach mal ein bisschen Gas. Guck mal. Und da siehst du mal, was für eine Kraft hier drin steckt. Das ist überhaupt kein Problem. Und wir sehen auch die Arbeitsplatzbeleuchtung. Also auch im Dunkeln oder in dunklen Ecken kann ich das drehen. Und genauso schnell natürlich wieder der Linkslauf. Also hiermit macht es richtig Spaß, wirkliche Art von Schrauben zu bewegen. Und es ist nicht körperlich anstrengend, weil das ist ein unglaublich kräftiger Akkuschrauber, den wir hier haben. Auch noch lobend zu erwähnen ist diese Kleinigkeit. Das sind ja oftmals die Kleinigkeiten, die solche Maschinen noch besser machen. Wir haben hier so einen Gürtelhaken. Das heißt, du stehst mal auf der Leiter, musst noch irgendwas richten. Was machst du mit dem Akkuschrauber? Den hängst du dir einfach an den Gürtel. Und wenn du ihn wieder brauchst, dann kannst du den Akkuschrauber ziehen, wie einst John Wayne seinen Colt. Und dann hast du ihn wieder sofort griffbereit. Also auch das eine Kleinigkeit, die unglaublich hilft. Hunderte von Schrauben mit einer Akkuladung. Hier sehen wir, da wird ein ganzes Gartenhaus renoviert. Der Boden, das Dach, Winkel geschraubt und ähnliches. Und das mit einer enormen Kraft. Und ich kann dir sagen, mit diesem Akkuschrauber macht es einfach Spaß. Hier hängt er. Ja, vielleicht wenn man auch Kinder hat oder so einen Baumhaus oder dergleichen. Also das ist ja für alltägliche Dinge immer verwendbar. Es geht auch vor allen Dingen schnell. Und wenn sie dann auch mal, ihr habt das ja gerade schon gezeigt, was irgendwie falsch gebohrt haben. Das ist das Ganze kein Problem, weil du kannst auch wieder rausziehen. Ja, natürlich, natürlich. Du hast hier immer rechts, links, drauf, rein, drehen, raus, drehen. Und wir schauen auch hier mal auf die Drehmomenteinstellung. Das ist die Kraftübertragung. Jetzt hat man oftmals beim Möbelbauen, hat man einen Hinweis, bitte nicht mit dem Akkuschrauber benutzen. Warum? Weil man überdrehen kann, Lacke kaputt machen. Und dann geht man einfach auf die schwächste Stärke. Und ich möchte Ihnen das jetzt mal demonstrieren, was dann mit der Schraube passieren würde. Guck mal, hier wird nämlich nicht mehr viel passieren. Guck mal, das würde sofort losgehen. Und das ist das Wichtige. Also hier wirklich genau auf die Oberfläche, die ich bearbeite, kann ich den Drehmoment einstellen. Also ein wirklich tolles Gerät. Nebenbei gesagt, finde ich, sieht der sehr schick aus, sehr, sehr handlich. Diesen Akkuschrauber bestellen Sie mit der ZX1418, der 569 am Ende zum Preis von 64,59 Euro. Das ist ein TV-Sonderpreis, ist ein alltäglicher Begleiter. Egal ob für die Kinder, ob sie Heimwerten etc. pp. liegt gut in der Hand. Kann man immer gebrauchen tatsächlich einen super Preis, so wie ich finde. Und vor allem auch für die Frauenwelt einfach mal. Es ist so einfach, wie du es gezeigt hast. Da kann man sich auch tatsächlich mal selber was zutrauen und sagen jetzt, gehe ich mal selber ran. Und überrasche eventuell meinen Mann oder mache etwas Schönes für die Kinder. Tolle Platz Nummer 7. Wir machen jetzt aber auch weiter mit Platz Nummer 6. Das ist das perfekte Zubehör-Set zu jedem Akkuschrauber, aber auch zur Bohrmaschine. Es ist ein Profi-Bohrer und Bit-Set 204-teilig. Jetzt werden Sie sagen, genau das gleiche wie ich. Ich bin kein Profi, ich bin Hobby-Handwerker. Ja, ich auch. Aber eins habe ich in meinem Leben gelernt. Mit professionellem Werkzeug kann man auch als Amateur, als Laie fast schon arbeiten wie die Profis. Und das hier ist so Zubehör. Und wir machen es mal auf. So kommt es zu Ihnen in diesem Koffer. Wow. Und jetzt ist man gleich mal wirklich geflasht, was hier für eine Größe ist. Und ich bitte dich, das einfach mal ein bisschen schräg anzunehmen, das was wir unseren Zuschauern zeigen können. Übrigens habe ich gerade mit einem Bit gearbeitet hier beim Schrauber. Den mache ich wieder rein. Den habe ich natürlich auch hier entnommen. Chrom Vanadium Langbits sind hier. Chrom Vanadium, bestes Werkzeugstahl. Aber fangen wir mal bei dir an. Ja. Und zwar ganz links. Da, oder? Nee, komm, hier sind wir mit der Kamera. Fangen wir hier an. Also, hier haben wir Kunststoffbohrer von einem Millimeter bis, da sehen wir es, acht Millimeter. Alles drin. Ein Millimeter übrigens mehrfach. Hier kann man auch Metall damit bohren, aber für Metall würde ich die Titaniumbelegierten nehmen, weil die auch Hitze, die beim Metallbohren eher entsteht, aushalten. Und auch hier wieder von acht Millimeter bis zu einem Millimeter. Abstandhalter, eine Schablone, womit man auch wirklich auf den ersten Blick gleich erkannt, was habe ich jetzt für einen Dübel, was habe ich für eine Schraube, ist das eine 5,2, eine 5er, eine 4,8er, eine 11,5er. Alles kann ich messen. Dann sind wir bei den Bits und wir haben natürlich nicht nur Kreuzschlitz, wir haben auch Torx. Wir haben Schlitzschraubendreher, wir haben hier auch für Schlossschrauben Aufsätze. Dann haben wir natürlich auch hier Metallbohrer für den Akkuschrauber und auch hier unten nochmal bei der Metallbohrfraktion. Jetzt gehen wir weiter zu richtig harten Sachen, nämlich zu Beton. Und das sind Stein- und Betonbohrer und zwar auch wieder in allen Größen, die gängig sind und in allen Längen. Hier unten nochmal die Kurzbits mit Bit-Halter, ebenfalls für den Akkuschrauber. Und hier gehen wir nochmal ganz kurz zurück zum Metall. Das ist ein Nageltreiber, der mit der Spitze hier. Die anderen drei sind Ösentreiber oder Stanzer. Damit kannst du in Ledergürteln zum Beispiel Löcher machen. Und der Nageltreiber ist für den Ansatz, wenn man Metall bohren will. Da rutscht man nämlich immer mit dem Bohrer ab. Einmal mit dem Hammer genau die Stelle kennzeichnen. Da hat man so einen ganz kleinen Punkt und dann rutscht man nicht mehr ab. Und als letztes kommen wir zur Holzbohrfraktion von den Flachfräsbohrern in allen Durchmessern und auch allen Längen. Du siehst 8 bis 32 Millimeter normale Holzbohrer und auch Lochfräsbohrer, andere sagen Kronenbohrer dazu. Wenn ich hier zum Beispiel mal Einbaulampen in Holz machen will oder der große kann auch mal für eine Steckdose oder ein Schalter sein, die ich unter Schalholz machen will. Und ganz hier unten hat sich nochmal ein Utensil versteckt, was zum Metallbereich gehört. Das ist ein Senkfräser. Wenn ich in Metallschräge, also konische Schrauben, Muttern, also Köpfe versenken will, dann muss ich natürlich das Metall anschrägen und das mache ich mit so einem Senkschneider. Also du siehst, alles was man brauchen kann zum Bohren oder auch zum Schrauben ist in diesem Profi-Set mit drin. Und wenn ich ihn nicht brauche, dann falte ich ihn einfach wieder zusammen. Du siehst, das ist alles übersichtlich gemacht. Es ist immer aufgeräumt und man findet immer alles. Und hier sehen wir jetzt mal einige Anwendungsbeispiele. Schau mal, Betonbohrer für die Pflaster. Ich denke mal, da wird eine Lampe oder Ähnliches installiert. Dann muss ich wahrscheinlich bohren. Da nehmen wir Langbits, in dem Fall ein Kreuzschlitz an, den Akkuschrauber. Und damit schrauben wir jetzt mal in dem Fall Holzmöbel, die hier wahrscheinlich repariert werden. Aber auch alles andere, was zu schrauben, zu bohren ist. Hier, Lochfräsbohrer habe ich das gebraucht, weil ich einen Türspion installiert habe. Da habe ich nicht den 20er, sondern den 16er genommen. Aber das kann auch mal für eine Kabeldurchführung sein, in der Rückwand von einem Schrank oder Ähnliches. Aber du siehst, egal was kommen könnte, es ist in diesem 204-Teiligen Set mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden. Ja, und ich wollte es gerade sagen, ich muss noch mal nachschauen, das sind tatsächlich 204-Teile. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Da ist man ausgestattet für 51,29 Euro. Das ist der Hammer, da hat man ja wirklich alles, was man braucht. Also mir würde nichts einfallen, was hier fehlen könnte. Und dieses Profi-Set mit 204-Teilen bestellen Sie mit der PE 4742 der 569 am Ende zum Preis, wie gesagt, von 51,29. Gehen Sie mal in den Baumarkt, da zahlen Sie viel, viel mehr Geld. Hier sparen Sie noch mal einiges innerhalb der nächsten zwei Stunden. Sieht schick aus. Vielleicht auch ein tolles Geschenk mal für den Mann, um ihn zu überraschen. Denn wenn man damit um die Ecke kommt, ich glaube, da knutscht einen jeder und sagt, also du würdest dich freuen, wenn ich dir das schenken würde als Frau, oder? Ja, als Mann würde ich mich riesig freuen, aber ich glaube, da freut sich wirklich jeder Heimweh. Ja, natürlich. Aber bei dem Geld kann man es sich auch selber kaufen. Absolut. Ganz toller Platz Nummer 6. Und wir sind bei der Halbzeit angelangt. Das ist schon wieder soweit. Platz Nummer 5. Ja, jetzt haben wir etwas auch wieder Zubehör zu Bohrmaschinen oder Akkuschrauber. Das ist ein wirklich sehr komfortables, und du darfst es auch mal anschauen, ein sehr komfortables Lochsegen-Set. Ich sage auch gern Kronenbohrer-Set dazu, weil hier haben wir jetzt wieder eben diese Lochsegen für Größen von 1,9 cm bis 12,7 cm. Also das Größte. Hier, den Größen würde ich zum Beispiel nehmen, wenn ich mal einen Abluftschlauch irgendwo rauslegen will. Einbauleuchten oder Ähnliches. Alles, was hier gebohrt werden will, in zum Beispiel auch, natürlich zum Beispiel in Arbeitsplatten, in Schränke, Durchlässe, punktgenau machen. Und da haben wir natürlich auch den Aufsatz, den Ansatz mit dabei. Da setzt man das jetzt einfach drauf und dann kann man mit dem Akkuschrauber genau die Größe bohren. Jetzt guckt ihr das mal an. Und das ist unser kleinster, 1,9 cm. Und jetzt halte ich das mal so daneben. Das sind 27, ja, 12,7 cm. Und du siehst, alles schön, alle Größen, egal was ich machen will, alles mit dabei. Das ist insgesamt 16-teilig. Und gerade wer viel mit Holz arbeitet, weiß, dass selbst wenn man Kronenbohrer hat oder solche Lochdrehsbohrer, wie man auch dazu sagt, genau die Größe, die man jetzt in dem Moment eigentlich will, die fehlt. Und hier ist sie mit dabei, ganz, ganz sicher, von 1,9 mm bis zu 12,7 cm, also 127 mm ist alles mit dabei. Mit den Halterungen, also so, dass man wirklich, egal was jetzt kommt beim Holzbauen, dass man die richtige Lochsäge hat. Und das zu einem Preis, den ich so nicht für möglich gehalten hätte. Für einen so Kronenbohrer hätte ich 10 Euro gesagt, okay, im Baumarkt wahrscheinlich 6 Euro im Sonderangebot. Aber hier haben wir ein 16-teiliges Set und es kostet gerade mal knapp über 10 Euro. Für mich der Wahnsinn. Ja, das ist absolut der Wahnsinn. Das muss ich wirklich sagen. Ich kenne mich jetzt in diesem Betrieb tatsächlich gar nicht so richtig aus. Dafür bist du ja tatsächlich auch hier. Jetzt sag uns mal, für welche Arbeiten sind die denn jetzt explizit geschaffen? Also, zum Beispiel, wenn du in Holzverschalungen Einbaulampen reinmachen willst, wenn du eine Küchenplatte, einen Auslauf machen willst, wenn du einen Schalter unter Holz legen willst oder, oder, oder. Also, ich glaube, diejenigen von Ihnen, die Holz bearbeiten, wissen, was sie hier für ein Schätzchen bekommen für 10,44 Euro. Nochmal ein 16-teiliges Lochsägenset. Und da sehen wir so eine Arbeitsplatte, die richtig schön und sauber, gerade mit so einem Loch zu versehen, ist gar nicht einfach. Aber mit diesem Lochsägenset ist es ein Kinderspiel. Und Sie haben es gerade richtig gehört, dieses Schätzchen, können Sie sich auch bestellen. Und ich sage Ihnen natürlich auch noch, die bestellen. Aber das wäre nämlich tatsächlich die PE. 52,77, die 5,69 am Ende. Das war ein toller Platz Nummer 5. Wir machen jetzt schon weiter mit Platz Nummer 4. Unglaublich, es geht schnell mit dir, Ralf. Ja, Brutzung. Platz Nummer 4. So, und jetzt haben wir etwas, was wirklich für jeden Heimwerker ein Traum ist. Eine unglaublich leistungsfähige Schlagbohrmaschine. Ich weiß nicht, ob du weißt, was eine Schlagbohrmaschine ist. Das weiß ich tatsächlich, für den Metron, um da dann wirklich, also diese haben ja, da musst du richtig Kraft haben. Da musst du richtig gegenhalten und das ist ultra laut, das habe ich schon mitbekommen. Ich habe es mich nie getraut. Und man muss natürlich auch immer gucken, wie ist das in den Wänden, wo kann ich das tatsächlich, wie sind die Leitungen verlegt. Aber. Jetzt haben wir hier natürlich alles dabei. Bohrer haben wir gerade im 204-teiligen Bohrerseite gemacht. Ich habe hier einen Betonbohrer, den befestige ich schon mal mit dem Schlüssel, das ist dabei. Abstandshalter ist dabei. Aber vor allem haben wir hier eine unglaublich leistungsstarke Schlagbohrmaschine. Und ich möchte Ihnen das mit dem Schlagbohren auch mal demonstrieren. Wir stecken das, hältst du mal ganz kurz? Ja, natürlich. Ich stecke es mal kurz in die Steckdose hier. Jetzt haben wir ein bisschen Angst hier, ne? Da brauchst du nicht. Bei einer Bohrmaschine kann eigentlich gar nichts passieren. So, und jetzt haben wir hier auch die Möglichkeit, natürlich ganz normal zu bohren. Ich möchte Ihnen jetzt mal den Unterschied zeigen. Wenn ich jetzt Holz bohre oder Metall bohre, darf kein Schlagwerk sein. Sondern, hören Sie mal, hier. Jetzt würde bei Beton überhaupt nichts passieren. Da würde sich der Bohrer drehen, wird heiß laufen und irgendwann würde er kaputt gehen. Aber der Beton würde ihn auslachen. Und jetzt drehen wir hier um auf das Schlagbohrwerk. Hier sehen wir den zweiten Schalter. Moment, ich muss mal kurz zu mir machen. Jetzt. Und jetzt habe ich das Schlagbohr. Und jetzt ist es nicht nur, dass man bohrt, sondern hier, diese Maschine schlägt 48.000 Mal und hilft mir damit, in den Beton reinzukommen. Und jetzt passiert das, was du gerade gesagt hast. Ich nehme mal ein bisschen Sicherheit ab. Laut brauchst du nicht. Kann nichts passieren. Aber achten Sie mal, es wird kurz laut. Ich warne Sie vor. Wow. Ich glaube, wir sehen schon, in wenigen Sekunden habe ich hier diesen Staubhaufen. Das heißt, ich bin hier schon mal ein paar Millimeter reingekommen, ohne viel Kraftanstrengung. Und das ist wichtig, auch über Kopf oder an der Wand. Auch bei Backsteinen kommt man oftmals mit einer normalen Bohrmaschine nicht weiter. Also, zwei Bohrstufen, 3000 Umdrehungen, 800 Watt, 48.000 Schläge. Das sind die Randdaten. Wir haben einen Abstandshalter. Wenn man nicht weiß, wie tief man bohren kann, dann macht man den ran, dann überbohrt man nicht. Dann haben wir natürlich, wenn man noch mehr Kraft will, einen zu installieren. Und den Griff, dann hast du beide Hände. Also alles, was man sich wünscht. Und eine Schlagbohrmaschine in dieser Qualität, mit dieser Kraft, die kostet in einem herkömmlichen Baumarkt, so schätze ich jetzt mal, so um die 80 bis 100 Euro. Und jetzt schauen wir auf unseren Preis. Den haben wir im Prinzip gerade halbiert. Und so kann Ihr Traum von der leistungsfähigen Schlagbohrmaschine für ganz wenig Geld wahr werden. Ja, wir sehen, dass hier 44,64 Euro, wie der Ralf das gerade schon gesagt hat. Ich kenne mich nicht ultra damit aus, mit diesem Gerät. Ich weiß es nicht, was es herkömmlich kostet. Aber ich möchte wetten, würde jetzt mal von über 100 Euro bestimmt ausgehen, muss ich tatsächlich sagen. Ja, zwischen 80 und 100 ist ein ganz üblicher Preis. Also das ist natürlich dann hier schon ein Hammer. Da halbieren wir das nochmal noch weniger als das Ganze. Also 44,64 Euro, also das ist natürlich ein Preis, der ist unschlagbar. Ja, du hast es vorhin von Geschenken gehabt. Also ich sage jetzt mal, was für Frauen die Schuhe sind, sind für Männer die Werkzeuge. Und so eine Schlagbohrmaschine in dieser Kraft, das ist ein Traum. So etwas kann man gerne mal verschenken und dann hat man endlich die Schlagbohrmaschine. Oder die Damen, die zu ihrem Mann sagt, schon wochenlang, monatelang sagen, häng jetzt endlich mal die Decke auf. Dann sagt er immer, ich habe keine Bohrmaschine. Hier haben sie eine. Und damit kommen sie auch in den härtesten Beton rein, ohne Probleme. Koffer ist dabei, alles Zubehör ist dabei. Was sie natürlich noch brauchen, sind die adäquaten Bohrer. Aber die hatten wir ja gerade auch in dem 204-teiligen Set. Also es macht richtig Spaß, mit dem richtigen Werkzeug zu bohren. Und dann ist es auch nicht anstrengend, wenn man das richtige Werkzeug und die richtige Bohrmaschine zur Hand hat. Man kann das gar nicht glauben, dass du hier so einen Stein, da wirklich in Nullkommanix hier so ein Loch gebohrt hast. Also das ist unfassbar. Und ich muss Ihnen sagen, das war ein unglaublich toller Platz Nummer 4. Das ist unsere Schlafbohrmaschine mit dreiteiligem Zubehör tatsächlich sogar noch. Für 44,64 Euro mit der Bestellnummer NX 6977 der 569. Können Sie sich die direkt zum Tepo-Sonderpreis nach Hause bestellen. Machen Sie doch vielleicht einfach mal dem lieben Mann eine Freude und überraschen ihn. Wie toll ist denn das bitte, wenn die Frau um die Ecke kommt und sagt, ich habe dir hier aber mal was ganz Tolles mitgebracht. Aber selbst für die Frauen, die ist ja anscheinend unglaublich toll in der Handhabung. Also sah auf jeden Fall so aus. Toller Platz Nummer 4 und ich würde sagen, wir machen weiter. Wir gehen an die Top 3, Platz Nummer 3. Ja, ich habe die Stromgeneration 2022. Ich sage die Energiealternative des 21. Jahrhunderts. Wir haben hier zwei unserer leistungsstärksten Stromspeicher. Gleich im Anschluss auf Platz Nummer 1 sind unsere Stromerzeuger. Aber beginnen wir hier mit dieser Technologie, die wirklich unglaublich nachgefragt ist. Egal was Sie jetzt hier sehen an Stromspeichern, es ist im Moment nicht lieferbar. Das wird auch dieses Jahr nicht mehr vorkommen. Sie müssen vorbestellen. Mit diesem Gerät beginnen wir. Hier können Sie, und das ist jetzt mal die Haupt-Act, Geräte, elektrische Geräte über 230 Volt bis zu 2000 Watt dauerhaft betreiben. Natürlich auch die USB-Fraktion versorgen, den Gleichstrom 12 Volt, USB auch USB-C, Schnellladefunktion. Aber das hauptamtliche Absicht sind hier zwei parallel zu betreibende Steckdosen mit einer reinen Sinuswelle Strom wie aus der Steckdose. Und das wird immer, immer aktueller. Die Nachfrage ist so riesengroß. Erstens mal die Anwendung natürlich beim Camping oder im Schrebergarten. Man ist unabhängig von jeglichen anderen Stromversorgungen. Man nimmt es einfach mit dort, wo man Strom braucht und hat es jederzeit zur Verfügung. Aber viele sagen auch, ich kann mich nicht in allem vorsorgen. Aber was Strom angeht, was meine eigene Stromversorgung, also die Stromversorgung eines jeden einzelnen Haushalts angeht, kann ich ein bisschen Vorkehrungen treffen. Und das sind diese Geräte. Angenommen, Sie haben mal einen Stromausfall. Und das hat jeder von uns schon mal erlebt. Und ich glaube, so ein ganz natürlicher Reflex ist, man geht erst mal an den Sicherungskasten. Oh, alle Sicherungen drin. Dann schaut man aus dem Fenster. Ist bei den Nachbarn auch dunkel oder ist es nur bei mir? Jetzt sieht man, die Nachbarn haben auch kein Licht. Dann weiß man, oh, da ist was Ernsteres passiert. Und das, wie lange das geht, das kann man nie abschätzen. Und man kann sich dann auch nicht informieren. Ihr Telefon läuft mit Strom. Sie können niemanden anrufen. Ihr Internet, das WLAN läuft über Strom. Dann schalten Sie den Fernseher an. Mist, kein Strom. Sie können sich nicht mal hinsetzen und in Ruhe einen Kaffee trinken, weil der geht auch nur mit Strom. Aber Sie können sich dann beruhigt zurücklegen. Denn Sie haben vorausgedacht und haben sich Ihre Stromalternative nach Hause geholt. Ihre Stromreserve, die Sie jetzt über Stunden mit dem wichtigsten Strom versorgt. Und das mit neuster Technologie. Lithium-Eisenphosphat-Akkus, die sich durch unglaubliche positive Optionen auszeichnen. Nämlich zum Beispiel durch Langlebigkeit, durch Umweltverträglichkeit, durch Sicherheit und durch hohe Leistungskapazität. Und hier kann man wirklich sagen, wenn ich mir das einmal kaufe, habe ich eine lebenslange, bei haushaltsüblicher Benutzung, eine lebenslange Stromversorgung für mich oder Stromreserve. Und das finde ich grandios. Ja, absolut. Und der Strom begleitet uns ja tatsächlich auch in allerlei Lebenslagen. Es geht nicht nur um die Notsituation, vielleicht für einen eventuellen Stromausfall, sondern vielleicht auch als Campingbegleiter etc. PP. Strom braucht man immer und überall. Wer will frieren im Winter? Wer möchte kaltes Wasser haben? Ich glaube, niemand. Dieses Powerpack bestellen Sie mit der ZX 3096. Der 569 am Ende. Und Sie schauen sich das jetzt bitte nochmal hier im Einspieler an. Das ist unglaublich toll. Es sieht noch toll aus. Ich kann Ihnen sagen, es ist nicht mal großartig schwer. Man glaubt es kaum. Vor irgendwie 30 Jahren hätte man gedacht, man braucht einen Anhänger, um das tatsächlich zu transportieren. Das braucht man hier nicht mehr. Der flexible, mobile Strom von heute. Das haben wir natürlich aber auch nochmal im Vorteilspakt. Die Diana kommt hier jetzt natürlich an. Das ist ein Solarpanel mit monokristallinen Solarzellen. Das ist ja so. Also, das ist ganz schnell aufgebaut. Die Diana zeigt uns das. Ralf, das ist unglaublich toll. Man produziert sein eigenes Hauskraftwerk. Ja, man produziert kein Hauskraftwerk, aber Strom produziert man. Und das auf wirklich umweltschonende und verträgliche Weise. Nämlich über Sonnenenergie. Also wirklich effizienter und cleverer geht es gar nicht mehr. Es ist hier jetzt natürlich eine Kombination. Einmal dieses Solarpanel, welches 240 Watt Leistung aufnimmt. Und natürlich unser Stromspeicher. Das heißt, man kann tagsüber Strom aufnehmen. Ja, wenn man zum Beispiel auch gar nicht zu Hause ist. Wenn man das Solarpanel auf Terrasse oder Balkon stellt. Und abends kann man einen Großteil des Haushalts hier entnehmen. Und jetzt werden Sie gleich sehen, wie effektiv diese monokristallinen Solarzellen sind. Hier, Diana hat jetzt ganz alleine ein Sonnenkraftwerk aufgebaut. Sie hat jetzt gerade das Solarpanel hier mit verbunden. Und achten Sie mal auf dieses Blinken hier. Dann sehen Sie, Sie haben es gerade gesehen. Jetzt selbst durch unser künstliches Licht wird das schon wieder geladen. Also das ist einfach Effektivität. Ihr eigenes Sonnenkraftwerk. Und wenn du möchtest, kannst du auch zeigen, wie einfach man das wieder zusammenziehen kann. Ja. Wenn du Hilfe brauchst, sag es einfach. Aber wir möchten Ihnen einfach mal zeigen, wie einfach das auch für die jungen Damen beim Camping wäre. Warte mal, wir können das Kabel noch kurz abmachen. Guck mal, so einfach geht das Kabel weg. Und schon ist es hier installiert. Übrigens, 5 Meter Anschlusskabel sind ebenfalls mit dabei. Ja, bei diesem Sparpack muss man natürlich schnell sein. Die Anfrage ist natürlich riesig. Setzen Sie sich jetzt auf die Liste und bestellen Sie vor. Somit sichern Sie sich tatsächlich dann auch noch den TV-Sonderpreis. Das können wir Ihnen nicht garantieren, wenn Sie nicht jetzt bestellen. Die nächsten zwei Stunden können wir das aber tatsächlich. Dieses clevere Sparpack bestellen Sie mit der ZX 3145. Der 5, 6, 9 am Ende. Und somit für 0 Cent Kilowatt pro Stunde Ihr eigenes Sonnenkraftwerk auf dem Balkon. Sie sehen das. Easy to go, easy zum Mitnehmen. Also ganz, ganz toll. Jetzt haben wir ein Powerpack. Das ist ja jetzt dieses. Ralf, das ist die absolute Neuheit. Wir hatten noch nie so eine Neuheit. Und das ist unser Platz Nummer 2, der jetzt kommt. Platz Nummer 2. Sonst sind Sie jetzt so begeistert, dass Sie gar nicht mehr aufhören zu schwärmen. Das ist unser neuestes Kind unserer Stromversorgung. Es ist ebenfalls ein Powerpack, ebenfalls transportabel. Aber jetzt schlagen wir alle Werte, die wir bis jetzt hatten. Was mir sofort ins Auge gefallen ist, ist diese übersichtliche Grafik, die wir hier haben. Hier wird gleich angezeigt, was wir im Moment zur Verfügung haben. Erstens mal 50 Prozent Ladestrom haben wir noch. Der liegt hier bei 2240 Wattstunden. Und ihn kann ich verbrauchen, indem ich hier Geräte bis zu 2200 Watt anschließe. Ich sehe auch immer, was ich an Wechselstrom angeschlossen habe. Gucken Sie, AC ist Wechselstrom. Im Moment kein Gerät, also kein Verbrauch. Gleichstrom, genauso hier über diese Rundholstecker. Aber ich habe hier oben auch noch einen kleinen Zigarettenanzünder. Da ist so eine Zigarettenanzünderbuchse, wo ich 12 Volt Geräte anschließen kann. Und natürlich auch die USB-Fraktion kommt nicht zu kurz. Beim Aufladen ist es auch ganz einfach. Ich sehe, wie aufgeladen wird. Hier entweder über die 230 Volt mit dem Adapter oder über PV. Photovoltaik oder Solaranlagen. Und dann sehe ich auch hier oben im Display, sobald ich lade, wie lange es geht, bis das Gerät wieder voll geladen ist. Auch hier haben wir Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus. Aber es ist das leistungsstärkste und kapazitiv größte Powerpack, das wir haben. Nagelneu im Programm. Das kann man jetzt wirklich schon sagen, in wenigen Tagen endlich verfügbar. Und wenn Sie da dabei sein wollen, im Juni, dann müssen Sie jetzt vorbestellen. Sie haben übrigens auch, das möchte ich noch mal erwähnen, eine Möglichkeit bei uns per Paypal zu bezahlen. Und das gibt noch einen weiteren Vorteil, wenn Sie sagen, ich möchte das gerne in zwei, drei Raten bezahlen. Das geht über die Option Paypal-Zahlen genauso. Ansonsten, wenn Sie es normal auf Rechnung bestellen, dann bezahlen Sie natürlich erst, wenn das Gerät an Sie ausgeliefert wird, kommt dann natürlich Porto- und Versandkosten frei. Und trotz dieser Größe und trotz dieser Kapazität ist es mobil. Schauen Sie, hier, ich nehme es einfach mal hoch. Da brauche ich keinen Baukran dazu. Das kann ich mir in den Kofferraum stellen, kann es mit auf die Baustelle, mit auf den Campingplatz nehmen. Oder zu Hause als Notstrom nehmen. Aber wir hatten vorhin auch, das haben wir hier auch gleich, diese Kombination mit einem Solarpelle. Und das ist so unglaublich intelligent, auch gerade jetzt bei den Strompreisen. Wenn man tagsüber, wenn man eigentlich gar nicht zu Hause ist, die Sonnenenergie mit dem Solarpanel aufnimmt, speichert in einem Stromspeicher und abends dann entnimmt. Und das ist der größte Stromspeicher, den wir haben, mit einer Kapazität, das möchte ich einmal noch erwähnen, von 2240 Wattstunden. Und damit können Sie über Stunden Geräte bis zu 2200 Watt dauerhaft betreiben. Und das ist einfach für mich das Nonplusultra, was Stromspeicher angeht. Ja, also das ist so eine Neuheit, dass Sie noch nicht mal in unserem aktuellen Katalog tatsächlich erschienen ist. Das heißt, Sie als PolTV Zuschauer könnten noch bestellen, währenddessen Katalogkunden leider noch warten müssen. Das ist unser Monsterchen. Selbst wenn Sie schon so ein Powerpack haben, dann würde ich sagen, das müssen Sie definitiv haben. Das ist das absolute Nonplusultra. Das ist tatsächlich so. Sie bestellen mit der ZX32 15 und der 569 am Ende. Jetzt haben wir das natürlich aber auch noch im cleveren Sparpack. Denn man muss manchmal clever sein und man muss natürlich Sachen tutti completti und ganz machen. Das bieten wir Ihnen natürlich an. Somit teilt sich der Platz Nummer zwei auch mit dem Sparpack, mit dem passenden Solarpanel. Genau, das ist also jetzt auch wieder die cleveren Alternative und meisten entscheiden sich auch wieder für diese Kombination. Solarpanel, faltbar, mobil einsetzbar, fünf Meter Anschlusskabel und Stromspeicher. Und bevor wir jetzt wieder E-Mails kommen, der Ralf, der schaut nur zu, wie die arme Diana sich abschädelt. Nein, Diana hat gesagt, ich kann das und sie möchte Ihnen das auch beweisen. Diana, möchtest du es nochmal aufstellen, unser Solarpanel? Und das ist so unglaublich einfach. Schnellverschlüsse öffnen, die Standfüße sind integriert. Jetzt muss ich es einfach nur aufstellen und dann habe ich durch die Standfüße auch den optimalen Winkel zur Sonne von 45 Grad für die optimale Sonnenausbeute. Und jetzt nur die Standfüße runter, Kabel anschließen, das haben wir Ihnen vorhin schon gezeigt, brauchen wir jetzt nicht mehr machen. Fünf Meter haben wir da Platz und das ist perfekt. Und wir alle haben ja schon mal diese Diskussion um CO2 gehört. Hier können wir wirklich sagen, dass wir ohne Erzeugen von CO2 unseren Strom erzeugen und das über viele, viele Jahre. Nochmal bei handelsüblicher Betätigung, da sehen wir auch Ingo trägt das ganz locker, beides sogar. Bei handels- oder bei haushaltsüblicher Betätigung oder Benutzung kann man hier wirklich sagen, man kann dieses Sonnenkraftwerk ein Leben lang benutzen. Ja, was ich hier im Video beeindruckend finde, ist, man sieht das gleich im Einspiegel, er hat es aufgebaut und man schaut dann in den Himmel. Wir haben keine große Sonneneinstrahlung hier, sondern es reicht wirklich das Tageslicht, um das Solarpanel aufzuladen oder um das es sich tatsächlich auflädt. Also wir brauchen hier keine Mittagssonne, wenn Sie das denken, es reicht tatsächlich das pure Tageslicht. Und in Nullkommanix gemacht, wie man das hier sieht. Die Diana war übrigens eine wunderbare Kamerafrau. Also ganz, ganz prima zum Preis von 2.184,99 Euro mit der Bestellnummer ZX3216569. Man sieht hier schon, der Ingo ist stets begeistert. Wir alle sind begeistert. Und die Nachfrage ist riesig. Und jetzt kommen wir auf unseren Platz Nummer 1. Ich freue mich riesig. Es ging schon wieder so schnell um die Zeit. Es macht so viel Spaß, Ralf. Platz Nummer 1. So, jetzt gehen wir von den Stromspeichern zu Stromerzeugern. Also nochmal, hier speichern und jederzeit dann abrufen. Aber der Vorteil von unserem Stromerzeugern, und wir haben hier einmal etwas kleiner, einmal etwas großer, ist, ich kann hier meinen eigenen Strom bei Bedarf erzeugen. Und wenn ich möchte, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das ist ein Benzin-Inverter-Generator. Hier einmal mit Leistung bis zu 1.000 Watt. Der große, den wir gleich noch haben, bis zu 2.000 Watt. Aber sprechen wir das erstmal durch, diese drei geteilten Namen. Benzin heißt, hier ist kein Dieselmotor drin, sondern ein Viertakt-Benziner, den ich mit ganz normalem Superbenzin befülle. Und dann haben wir einen Inverter, das heißt einen Wechselwandler. Der Wechselwandler hier, oder der Motor muss nur, muss, ich sage jetzt extra, muss nur Gleichstrom erzeugen. Das ist wesentlich weniger energieaufwendig, als Wechselstrom zu erzeugen. Und der Wechselwandler wandelt dann in Wechselstrom. Und das hat Riesenvorteile. Erstens mal haben wir eine reine Sinuskurve und einen gleichbleibenden 230 Volt stabilen Strom. Nicht wie bei Dieselaggregaten. Ich glaube, jeder, der mal damit erarbeitet hat, weiß, dass da kommen mal 200 Volt, mal 240, mal 245 Volt. Hier ein richtig schöne 230 Volt. Wenig Geräuschentwicklung. Wesentlich weniger als bei einem Dieselaggregat. Warum? Erstens mal ist das Gehäuse schallgeschützt. Zweitens brauchen wir wesentlich weniger Motorleistung. Hier gibt der Hersteller an eine Geräuschentwicklung in einem Abstand einer ganz normalen Verlängerungsschnur, also so um sieben Meter, von 53 Dezibel. Das ist ein leichtes Surren. Also das stört einen überhaupt nicht. Und hier sehen wir die Steckdose, die ich belasten kann bis 230 Volt, bis 1000 Watt Leistung entnommen kann. Wir haben nebendran auch noch einen 12 Volt Anschluss. Damit kann ich 12 Volt Batterien direkt aufladen. Und unten drunter sehen wir ein paar Kontrollleuchten. Öl, da muss natürlich auch Motoröl rein. Wir haben unten, wenn ich mal zu viel Strom entnehme, würde es mir die Overload anzeigen. Und wenn es dann läuft, Output, also die Kontrolllampe. Oben der 12 Volt Anschluss steht auch nochmal da, DC 12 Volt. Und unten drunter haben wir einen Drosselungsschalter. Und der ist auch ganz interessant. Damit kann man machen, dass also wirklich nur der Strom erzeugt wird, der gerade entnommen wird. Und unten haben wir noch eine kleine Erdungsschraube. Das ist auch noch interessant. Wenn man also metallische elektrische Geräte betreibt, dann bitte die Erdungsschraube noch mit einem Erdspieß im Erdreich versenken. Das ist natürlich perfekt auch in Stromausfälle zu überbrücken. Denn hiermit mit 1000 Watt können Sie die wichtigsten Geräte im Haushalt aufrechterhalten. Wichtig ist natürlich, ein solcher Generator ist ein Verbrennungsmotor. Und der darf nur im Außenbereich benutzt werden. Aber in dem Fall kein Problem. Man legt das einfach auf den Balkon raus, legt ein Verlängerungskabel in die Wohnung und hält dann die wichtigsten Geräte eben am Leben. Ja, 1000 Watt ist natürlich auch schon eine Menge. Das muss man ganz klar und deutlich betonen. Wir sehen hier nochmal den Preis von 379,99 Euro. Und im Einspieler sehen Sie das nochmal, wie Sie das dann passend einführen mit diesem Trichter. Einfach wieder zudrehen. Die Diana hat das hier ganz einfach gemacht. Da haben wir das Video schön aufgenommen. Und schwuppdiwupps funktioniert das Ganze. Also Sie auch als Frau können das einfach bedienen. Das ist hier kein Hexenwerk. Das ist tatsächlich ganz, ganz einfach gemacht. Sie sehen das Ganze hier detailliert, wie das funktioniert. Dann einfach ziehen und dann geht es los. Also eine ganz tolle Möglichkeit, um Strom zu generieren. Und ich muss sagen, ich habe auch immer gedacht, der wäre schwerer. Ist er tatsächlich nicht. Ich sage Ihnen die Bestellnummer. Das wäre nämlich die ZX8102, die 569 am Ende. Jetzt sind wir noch nicht ganz am Ende. Aber fast. Wir haben aber von diesem Generator noch den großen Bruder mitgebracht. Das sage ich immer so schön. Und wie ich weiß, hat der tatsächlich sogar 2000 Watt. Jetzt müssen wir aber hier nochmal schauen. Also gerade haben wir nochmal gesehen, das ist glaube ich eine Rotlicht, beziehungsweise eine normale Lampe. Also man kann wirklich die meisten haushaltstypischen Geräte versorgen. Jetzt sag uns doch mal, jetzt haben wir hier 2000 Watt. Mein lieber Ralf, was können wir denn hiermit jetzt mehr versorgen? Geräte bis zu 2000 Watt. Bis zu 2000 Watt. Also tatsächlich auch eine Klimaanlage. Unter Umständen. Aber ich glaube, ein Stromausfall wäre mein kleinstes Problem. Eine Klimaanlage muss man schauen. Also wenn du jetzt die Klimaanlage ansprichst, es gibt heutzutage moderne Klimaanlagen, die brauchen 780 Watt. Es gibt Split-Klimaanlagen, die haben 6 Kilowatt. Also generell sagen kann man nicht eine Klimaanlage. Die würde ich auch als allerletztes anmachen im Stromausfall, wenn ich Strom brauche. Das ist für Baumaschinen. Das ist für Kühlschränke. Das ist für Durchlaufkühler. Das ist vielleicht auch mal für einen Grill. Für alle Geräte bis zu 2000 Watt. Und das ist eben für mich phänomenal. Auch am meisten gefragt. War übrigens lange ausverkauft. Und da bin ich jetzt froh, dass wir endlich mal wieder sagen können, ist endlich wieder lieferbar. Also kleiner Bruder, großer Bruder, wie sind die das gerade gesagt? 1000 Watt, 2000 Watt. Aber das Wichtige ist, mit beiden Geräten erzeugen Sie 24 Stunden am Tag, wenn Sie das wollen, 7 Tage in der Woche Ihren Strom. Das Einzige, was ich Ihnen noch rate, einen kleinen Ersatzkanister nebendran mit Normalbenzin. Also so, wie Sie es für das Auto haben. Und dann, immer wenn der Tank leer ist, hier ist übrigens ein 4 PS Motor drin, 2,4 Kilowattstunden, dann füllen Sie wieder ein bisschen Sprit nach. Aber damit haben Sie überall auf der Welt, wo Sie es brauchen, Ihren Strom sofort parat. Ja, das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Also 2000 Watt, wenn man sich das mal vorstellt, kann man tatsächlich fast alles mit versorgen. Sie bestellen mit der ZX8101 der 569 am Ende. Ich fand, das war eine großartige Top Ten zum Thema Basteln und Heimwerken. Es war für jeden was dabei, von unserem ultimativen Highlight, unserer Neuheit bis zum kleinsten Schleifmaschine. Also ich denke, da hat jedes Herz geleuchtet. Da findet jeder was für sich. Bestellen Sie direkt los in den nächsten zwei Stunden gilt der TV-Sonderpreis. Günstiger geht's nimmer und viel Spaß dabei.